Ey, ich reg mich jedes Mal drüber auf über den Baum. Im Tor? Scaf? Nö, glaub ich nicht. Oder? Scaf auf uns? Nö, kann nicht sein. Ey, der war auf mich. Der war auf mich. Achso. Alles gut. Ah, Scaf ist. Ich renne nach vorne ins Cottage. Ob hier im Haus ist jemand? Ja, im Haus. Oh. Hits. Also, Schöße fangen. Ich komme zum Cottage. Ja, ich bin hier ein Deiker. Pass auf, da ist ein Scaf, wenn er reinkommt. Ich sitze in der Garage links. Ja. Nein! Ey, das war... Hä? Mich hat einer umgelegt. Das war ich. Ich dachte, das wäre der scheiß Scaf. Du sagst es doch in der Garage. Ich sitze in der Garage links. Nein. Oh, fuck, sorry. Oh, nein. Ich nehme dein Zeug mit, ich bringe das gleich mit. Nee, schmeiß es am besten irgendwo ins Gebüsch. Oh, fuck. Ich dachte echt, das wäre der scheiß Scaf. Wollen wir jetzt hoch zu euch. Oh, wir sind gleich am Taxi. Los zum Taxi. Dann los. Dann rennt ihr uns mal weg. Auf der Stelle. Ja. Was bin ich? Muss aber auch mal laufen. Jetzt. Nee. Ein Meter nach vorn geschnipst. Jetzt. Alter. Komm, hör doch auf. Hör doch auf. Leck mich doch am Arsch, Mensch. Das Kind. Ich war schon am Taxi, Mann. Ich war schon dreimal am Taxi. Gefühle es ja. Ich bin mal zurückgeschnipst. Wer ist das Taxi? Es ist wieder nicht da, Alter. Leck mich doch am Arsch, du dummes Spiel, Alter. Kommt das später aus. Ich weiß es nicht. Was? Es kam von hinter uns, ja. Also hier, wo wir hinwollen. War einer zu weit hintergerannt, dass da Sniper aktiv wurde? Ja, ja. Das war ich, glaube ich. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das Taxi später kommt. Vielleicht kommt das später. Das kann ich mir vorstellen. Na gut, dann bleiben wir jetzt hier liegen. Dann sporen es gar nicht. Dann lieg ich mal hier die ganze Runde. Ja, bis zum abgerissenen Haus, zum kaputten, das schaffen wir noch. Aber ist das so, dass das Taxi später kommt? Gibt es sowas? Könnte, ja. Gibt es sowas? Dass das kurz vor Weitende vielleicht erst kommt. Nee, warte mal. Gochan. Ich dachte, ich hätte sowas gehört. Sparja. Im Chat. Ja, Roschka. Da. Die Leute im Chat fragen, ob die, ob die, wisst ihr irgendwas? Das Taxi, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Taxi später kommt. Aber man weiß es halt nicht. Es gibt ja auch verschlossene Werkzeugkisten hier. Eben. Irgendeiner muss es wissen. Aber wer? Das ist denn der Streets, man. Kenn ich keinen. Spielt er keiner. Und da liegt eine Wurst. Ach nee, eine Flasche ist da. Da siehst du die Würste. Oh Mann. Du traust von den Würsten. Weißt du, da liegt der Wurst. Mir fehlt nur noch die Wurst. Hier knirscht was. Hier knirscht was. Hier kommt was. Stefan schießt schon fleißig. Ja, ja. Irgendwas knirscht hier vorne rechts. Er nimmt eine Pille. Wo ist er getroffen? Wo ist der? Hinter der Liefersäule. Hinter der Liefersäule. Ich hab ihn. Ja gut. Oh, mein Helm, Junge. Hat getankt, Junge. Tankhelm. Yippie. Tankhelm. Oh, aber richtig krass. Geil. Danke fürs Callen, Stefan. War nice. Jungs, hat gepasst. Ich hab's nur knirschen. Ja, ich muss halt aufpassen, weil du bist halt hier ziemlich fort auf Lind rumgelaufen. Mhm. Aber es war dann ganz gut, dass du noch weiter nach links rüber bist. Ja, aber ob das Taxi hier wirklich kommt. Ich heile mich jetzt. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es eigentlich kapiert. Ja, das Taxi kommt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich klippe nur schnell voll, dann machen wir woanders hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Taxi hier irgendwie steht. Ja, ist der Zug. Habt ihr denn schon alle Läden abgeklappert? Ja, ja. Ich nicht. Ich weiß gar nicht welche. Der Zug kommt ja auch später, aber das ist halt der Zug. Ja, genau hier. Ich brauche noch den anderen. Wo müssen wir laden? Wir können jetzt hier... Den zweiten Sparjag. Ich wollte schon Sauri ins Magazin schütten. Test-Tür-Roschka oder wie sich das Ding schimpft. Das Journal muss ich finden. Wir müssen für den einen müssen wir ins Pinewood Hotel und dann zum Sewer Exit. Einen brauchst du noch. Was cool, hier kann man durch den Maschentrat zauern schießen. Auf Interchange irgendwie nicht, oder? Nee. Auf Shoreline durch den Zaun am Resort kannst du auch nicht durchschießen. So, komm, komm. Kommt, komm. Können wir den Sparjag mal schnell hier reinziehen? Oh, der hat eine geil Art da, Alter. Was? Eins? Was? Der ist Level 1 und hat ihr das feinste Zeug anstatt. Äh? Wie geht das denn? Keine Ahnung. Schau. Hm. Das nehme ich mit. Will einer von euch noch einen Rucksack? Ich bin ein Rucksack. Ich hab schon irgendwo Hitz gekriegt, also nicht Hitz gekriegt, aber es schoss jemand in meine Richtung. Hinter dir ist was eingeschlagen. Das war schallgedämpft, oder? Au, hinter mir auch. Wo denn? Ich komm hier grad nicht weg. Erstmal hier in der Hecke, Alter. Jetzt ist der Ausdauer weg. Alter Schwede. Warte, hier kam was gerannt. Hier hinter dem Krankenwagen ist einer. Mhm. Das kann er vergessen, das klappt nicht. Ich hab grad um die Ecke geguckt. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja. Ich hör links. Ja, rechts hör ich ihn an. Mein Fuß ist kaputt, Alter. Meiner auch. Die sind da drüben reingerannt. Wo rein? In das Hotel? Ja, gegenüber vom Krankenwagen. Das komische Hotel, was da ist. Das ist da reingerannt, unten. Hochdauer. Ach. Was? Noch so ein Blöds. Keck, Junge. Ach. Ich krieg natürlich gar nicht. Nee, das wird's nicht. Das wird's nicht machen. Das. plex. vers förs 것으로 Stefan, bist du das? Ja, 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 das bin ich. Ich bin im Krankenwagen guck's, Matze. Ja. Oje, nur gut, dass du wieder ein Gras hält. Aber das, Alter. Hab ich dich getroffen? Nee, nee. Von Stefan aus, da müsste hinter den Bus gucken. Hinter den gelben. Da gerade aus, das Haus. Ja, ist aus. Alter, wir sollten hier weg. Irgendwie. Ja. Sonst liegen wir gleich neben den Leichen hier. Da müssen wir auch dorthin mit der Skiff fahren. Das ist vielleicht... Die bessere Alternative. Ja, wahrscheinlich. Glaube ich auch. So, na dann. Auf zum Skiff. Der wird sich aber hoffentlich wieder... Ich hab Hitze gekriegt aber. Aber fach nicht nach Sonnenschein. Ja, das bin ich ja. Aber von wo? Ich weiß es nicht. Wenn hier in den Laden rein wird er. Das sind wir erstmal einigermaßen sicher, denke ich. Boah, Alter. Ich bin schon wieder zerrissen, Alter. Nach Strich und Faden. Das ist sinnlos, ja. Und das Scheiß-Drecks-Taxi nicht da, Mann. Und das dumme Taxi nicht da. Ich bin tot. Alter von Nö, komm, vergiss es. Ach, nee, das ist doch sinnlos, oder? Das ist doch wieder nix sauberes hier. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Hm. Ist das... Äh... Brauchen wir es rein, da? Ja, mit 9 x 21 PS, Muni, was ist das denn? Hm. Ja. 9 x 21, ist das nicht die neue Özie? Ja, da schießt er nicht auf 100 Meter Entfernung, oder was? Also, das eh nicht, ja. Puh, pst, pst, pst. Puh, pst, 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 pst. Pst, pst, pst. Da ist aber hier irgendwo. Er kommt. Pst, 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 pst. Pst, 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 pst. Okay, okay Okay, okay Na klar Ja, sicher Ist klar, aber zielgenau Er kriegt schallgedämpfte Hits irgendwie und weiß genau Er wusste genau, wo wir sind, aber hör mir doch auf Ja, ne klar, er kommt Ja, es kommen wir auf In dem Laden ist noch eine Hintertür Der hat die aufgemacht, der war sofort um der Ecke und hat mir in den Kopf geschossen Okay Sicher Vergiss ich doch Ja, vor allem, wie sie gewusst haben, wo wir waren Der eine in dem Laden, der andere in dem Laden Das ist doch, ich meine Mich hätten sie vielleicht noch hören können, weißt du, aber dich doch nicht Hinter der Tee, das ist besser Das können sie mir nicht erzählen, sowas Ja, aber Fräulein, ich sag's, er noch draußen in der Wiese Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal